was geht ab freunde heute die neuen in 6er packung kurischen kanonenschläge von lidl mal schauen was die so hergehen hier auch schon mal ein schönes schlachtfeld sind schon gut dabei dann kriegt man die lümmeltüte hier ab ja das war so werfen dieses geräusch immer diese lümmeltüten hier drauf ich glaub es bin ich ja 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 doch also verschlechtert haben sie sich nicht kann man auf jeden fall für 1 euro 99 oder 89 98 irgendwie sowas kann man die auf jeden fall mitnehmen